Mega cool, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Philipp Baum und auf meinem Kanal beschäftige ich mich nur mit dem Thema Zunehmen. Das heutige Video beschäftigt sich mit dem Thema Zunehmen Basics bzw. beinhaltet die Basics zum Zunehmen. Ich habe ein Video im Internet gefunden, was ich recht gut fand, vom Julan Zietlow und daran anlehnend möchte ich auch nochmal ein Video kurz für euch machen, in dem ich euch die Basics zum Zunehmen nochmal eben mitgebe, damit ihr nochmal vielleicht nochmal einen Gedankenanschluss bekommt, wo ihr vielleicht beim letzten Mal aufgehört habt mitzumachen und was ihr jetzt als nächstes tun könnt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen direkt anfangen. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte oder was wahrscheinlich das Wichtigste beim Thema Zunehmen ist, vielleicht hast du in den letzten Videos gelernt, dass es nicht das Einzige ist, worauf man achten muss, aber eines der wichtigsten Themen oder eines der wichtigsten Learnings ist auf jeden Fall der Kalorienüberschuss. Dein Körper braucht einen Energieüberschuss in Form von Kalorien, denn das ist die Energie, die unser Körper zu sich nimmt oder mit der unser Körper arbeitet. Unser Körper braucht einen Überschuss an Kalorien, um neue Zellen aufzubauen. Um neue Zellen aufzubauen, braucht er natürlich auch die Bausteine, also Proteine, Aminosäuren usw. Das Wichtigste ist aber der Kalorienüberschuss, denn ohne überschüssige Energie kann der Körper keine Energie anlagern. Und das ist ja unser Ziel. Der zweite Punkt ist die Kaloriendichte. Und darüber habe ich auch schon ein Video gemacht und habe darauf auch, ich habe auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, Kaloriendichte Lebensmittel, den kann ich da auch nochmal verlinken unter des Videos, ansonsten frage einfach mal danach, dann schicke ich den dir zu. Kaloriendichte Lebensmittel. Viele kommen zu mir und sagen, hey Philipp, ich esse super viel, ich bin immer satt und nehme trotzdem nicht zu. Und wenn ich dann deren Ernährung mit denen zusammen analysiere, fällt immer wieder auf, dass zum Beispiel Salat. Ja, das Thema Salat zum Beispiel oft da drin ist. Oder Gemüse insgesamt, ja, Obst und so weiter und so fort. Weil bei Obst muss man ein bisschen aufpassen, es gibt natürlich auch viele Obstsorten, auch viele Gemüsesorten, die viele Kalorien sind, also viele Kalorien haben, also hochkalorisch sind. Es gibt aber auch viele, wie zum Beispiel unseren Kopfsalat oder Eisbergsalat. Ja, das sind große, schwere Blätter, weil sie voll mit Wasser sind, haben aber kaum Kalorien. Für die Jungs und Mädels, die abnehmen wollen, ist natürlich das genau das Richtige. Für uns, die wir zunehmen wollen, das Falsche. Also die Kaloriendichte. Informier dich über Kaloriendichte Lebensmittel. Wenn du nichts dazu findest, dann findest du auf jeden Fall meinen Blogbeitrag dazu. Dann schreib gerne auf jeden Fall unter, bis Videos nochmal drunter, dass ich das verlinken soll. Dann schicke ich dir den Beitrag zu. Da kannst du dich informieren, worauf du da achten musst und wo du vielleicht eine Tabelle findest. Es gibt eine richtig coole Tabelle, die habe ich auch mal schon mal im Internet gefunden. Von, ich weiß es nicht genau. Kann dir aber verlinken mit den kaloriendichtesten Lebensmitteln. Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, sind Helfer. Und wenn du die letzten Videos gesehen hast, und ich weiß nicht, wann das Video hier kommt, vielleicht den letzten, vielleicht auch den nächsten. Helfer, zum Beispiel. Shakes. Ja, ich hoffe mal, du kannst es lesen. Shakes. Shakes, die dir beim Zunehmen helfen. Dritter Punkt, Helfer. Lass dir helfen. Wir haben eben gelernt, Kalorienüberschuss ist sehr, sehr wichtig. Und um auf den Kalorienüberschuss zu kommen, gibt es natürlich eine Möglichkeit, mehr zu essen. Und die zweite Möglichkeit ist, sich Helfer zu suchen. Und mit Helfern möchte ich nicht andere Menschen, die dich dazu zwingen, zu essen. Sondern ich meine, Helfer im Sinne von Shakes, im Sinne von Riegeln, Trinknahrung und so weiter und so fort. Viele sprechen auch direkt von Flüssignahrung oder von Trinknahrung. Ich nenne das Ganze einfach mal Helfer. Darin sind aber auf jeden Fall die ganzen Trinknahrungen auch aufgelistet. Der vierte Punkt ist ein hartes Training. Und das Thema Sport habe ich auch schon so oft angesprochen. Ein hartes Training ist natürlich ideal, um Körperzellen aufzubauen, und vor allem Muskelzellen aufzubauen. Denn das ist ja eigentlich das Ziel. Wir wollen ja straff aufbauen und nicht extrem fett werden. Hartes Training. Geh ins Fitnessstudio und trainier hart. Ja, tu es einfach. Und selbst wenn du jetzt keinen Bock drauf hast, dann wirst du es trotzdem machen. Ja, geh ins Fitnessstudio und trainier einfach hart. Hol dir am Anfang von mir so eine Probe-Mitgliedschaft. Die Kosten in Discounter-Studios, wie zum Beispiel, ich darf den Namen wahrscheinlich nicht sagen, 10 Euro oder 20 Euro. Und ich denke, das kann sich quasi jeder leisten. Wenn du zu jung dafür bist, dann kannst du auch zu Hause anfangen. Umso besser, wenn du zu Hause anfängst. Jeder von euch kann zu Hause anfangen. Dann trainier mit deinem eigenen Körpergewicht. Hauptsache, du trainierst deinen Körper und baust mit deinem Körper zusammen Muskelzellen auf, oder insgesamt Zellen auf. Mach deinen Körper stärker. Denn wenn du zu nimmst, musst du dein Körper mehr mit sich rumtragen und so weiter und so fort. Das hast du wahrscheinlich schon mal von mir gesehen. Also hartes Training als vierten Punkt. Der fünfte Punkt ist das Wichtigste am ganzen Thema. Durchziehen. Machen, machen, machen. Leute, wenn ihr zu mir sagt, Hey Philipp, ich habe jetzt schon fünf Tage mehr gegessen, als ich muss. Und ich nehme trotzdem nicht zu. Leute, wie soll das klappen in fünf Tagen? Vor allem, wenn ihr nur ein bisschen mehr isst. Oder ein bisschen mehr zunehmt, wenn ihr nur ein bisschen zum Sport geht. Weil ihr müsst das ganze Thema durchziehen. Ich hatte ein Video vor kurzem hochgeladen, da hat eine Person 25 Kilo im Jahr zugenommen. Das ist effektiv möglich, klar. Aber nur, wenn man das Ganze durchzieht. Und das für ein ganzes Jahr. Durchziehen ist der fünfte Punkt, in dem möchte ich dir jetzt mitgeben. Und ich möchte jetzt, dass du durchziehst, indem du unterhalb des Videos erstmal auf Abonnieren klickst, damit du nichts mehr verpasst und das Thema wirklich durchziehst. Und dann möchte ich, dass du noch ein paar Videos von mir anklickst. Vor allem die Shake-Videos, damit du über die Helfer Bescheid weißt. Ich würde ganz gerne malen, aber mein Stift ist weg. Und ich möchte, dass du unterhalb des Videos durchziehst, indem du dir meine Tipps runterlässt. Denn ich habe eine PDF-Datei für dich zusammengestellt mit den besten Zunehm-Tipps. Und die findest du unterhalb des Videos kostenlos verlinkt. Das waren meine Top 5 Basics zum Zunehmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ich habe mich sehr gefreut, bis hierhin bei mir gehabt zu haben. Bis dahin, mach's gut, ciao!